Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, zum des Frosterbenkönigs, anzunehmen bei Die Bürde des Wächters, das ist diese Kiste hier, in der Sturmgipfel, an dieser Position, allerdings ist das in einer Höhle, Eingang dazu ist hier. Vor Quest war das versteckte Relikt. Hier auf der Minimap seht ihr auch besser meine Position, wo ich bin. Und auf der Minimap könnt ihr auch verfolgen, wie man hinausläuft. Oder ihr schaut einfach so zu. Minimap, oder so, oder beides. Hier könnt ihr eure Augen aufteilen. Linkes Auge Hauptbildschirm, rechtes Auge Minimap. Ihr wisst es egal wie man läuft. So dann laufe ich, dann halte ich mich hier auf der rechten Seite. Es geht hier oben lang. Mobs müsste ich nicht unbedingt töten. Die Erden ja nicht, bin zu hoch für dieses Gebiet. Ich denke mal, aber das Video hilft euch sogar, wenn wir heute LK Classic. So, ihr könntet hier auch hinunterlaufen. Funktioniert auch. Habe einen kleinen Umweg gemacht. Und hier bin ich. Quest ist abzugeben bei Quetois in der Sturmgipfel. Diesmal scheint er eine feste Position zu haben. Wieso hier? Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch Kanal. Eventuell wollt ihr da mal vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao